Hallo, mein Name ist Kevin Gravitz, ich bin 28 Jahre alt und bin Tennisprofi. Mein neuer Sponsor ist Fairpa Folie mit dem Produkt Fairpa Lean. Fairpa stellt Verpackungsfolien für unterschiedliche Branchen her. Ich habe mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr weiß ich auch, dass in Zukunft das ohne Kunststoff einfach nicht geht. Aber wenn Kunststoff, dann so Ressourcen sparen wie möglich natürlich. Dafür steht das Produkt Fairpa Lean. Ja, finde ich super. Schauen wir am besten mal auf die Homepage. Ja, finde ich sehr gut.